5 Entspannende Behandlungen bei Torticollis oder einem steifen Nacken Torticollis ist eine Verletzung der Halswirbelsäule, die Steifheit, Schmerzen und Schwierigkeiten beim Bewegen des Kopfes verursacht. Weißt du wie du auf natürliche Weise dagegen vorgehen kannst? Entdecke einige entspannende Behandlungsmöglichkeiten bei Torticollis im folgenden Artikel. Schlechte Körperhaltung, plötzliche Bewegungen und Überanstrengung sind häufig Auslöser für Verletzungen der Halswirbelsäule, wie Z. B. Torticollis Dabei handelt es sich um eine ungewollt auftretende Kontraktion der Nackenmuskulatur, die oft mit starken Schmerzen und Steifheit einhergeht. Aus diesem Grund möchten wir hier eine Reihe entspannender Behandlungen gegen Torticollis vorstellen. Glücklicherweise können entzündungshemmende und schmerzlindernde Medikamente, die Symptome dieses Leidens in der Regel gut in Schach halten. Allerdings gibt es auch einige natürliche Alternativen, die ebenfalls zur Linderung beitragen. Im folgenden Artikel stellen wir dir 5 sehr gute Möglichkeiten vor. Die entspannendsten Behandlungen bei Torticollis – Schiefhals Unabhängig von der Ursache verursacht Torticollis ein unangenehmes Gefühl der Steifheit im Bereich der Halswirbelsäule. In der Regel ist der Kopf zu einer Seite gedreht und es fällt schwer, ihn zu bewegen. Krämpfe, Schmerzen und die Unfähigkeit, viele alltägliche Aufgaben zu erledigen, sind ebenfalls häufig. Wie bereits erwähnt, sind herkömmliche Muskelrelaxantien wie Schmerzmittel hilfreich, um mit diesen Beschwerden fertig zu werden. Man kann jedoch auch bestimmte natürliche Mittel ausprobieren. Diese enthalten entzündungshemmende Inhaltsstoffe, die ein Gefühl der Erleichterung hervorrufen. Also, probiere es aus! Erster Oregano-Aufguss gegen Torticollis Oregano setzt Extrakte frei, die entspannende und entzündungshemmende Eigenschaften haben, ideal um die Symptome von Torticollis zu reduzieren. Obwohl diese Pflanze am häufigsten zu kulinarischen Zwecken verwendet wird, kann man sie auch äußerlich als Kompresse anwenden. Zutaten 2 Esslöffel Oregano, 40 Gramm, eine Tasse Wasser, 250 Milliliter, Zubereitung des Naturheilmittels gegen Torticollis gibt zunächst den Oregano in eine Tasse mit kochendem Wasser. Decke die Tasse ab und lasse die Mischung 5 bis 10 Minuten ziehen. Anwendung Wenn der Aufguss eine angemessene Temperatur erreicht hat, gieße ihn ab und tauche ein Tuch hinein. Dieses legst du dann als Kompresse auf deinen Nackenbereich. Lasse es für 5 Minuten wirken und ruhe dich aus. Wiederhole die Anwendung, bis der Schmerz nachlässt. Zweite ätherisches Rosmarinöl gegen Torticollis Eine der beliebtesten Anwendungen gegen Torticollis ist ätherisches Rosmarinöl. Dieser therapeutische Wirkstoff hilft, verkrampfte Muskeln zu entspannen und regt die Durchblutung an. Darüber hinaus hat es eine leichte analgetische Wirkung, die den Schmerz lindert. Zutaten 5 Tropfen ätherisches Rosmarinöl 1 Esslöffel Kokosnussöl 15 Gramm Zubereitung Vermenge zunächst das Rosmarinöl mit dem Kokosöl, bis du eine homogene Mischung erhältst. Anwendung Reibe die Ölmischung sanft auf die betroffene Stelle. Lasse sie ohne Ausspülen einziehen. Wiederhole die Anwendung zweimal täglich, wenn du es für nötig hältst. Dritte Apfelessig Kompressen mit Apfelessig helfen, die Verspannungen der Halswirbelsäule bei Torticollis zu reduzieren. Obwohl wissenschaftliche Beweise für diesen Nutzen fehlen, ist es ein Mittel, das viele traditionell gegen diese und andere muskuläre Beschwerden einsetzen. Zutaten 1 halb Tasse Apfelessig 125 Milliliter 1 halb Tasse heißes Wasser 125 Milliliter Zubereitung Verdünne den Apfelessig in der gleichen Menge an heißem Wasser. Anwendung Tauche ein Tuch in die Flüssigkeit ein. Lege es anschließend als Kompresse auf die betroffene Stelle. Lasse es 10 Minuten einwirken und ruhe dich aus. Vierte Ätherisches Lavendelöl gegen Torticollis Wusstest du, dass Massagen mit ätherischem Lavendelöl entzündungshemmend wirken und dabei helfen, Muskelverspannungen und Verletzungen zu lösen? Tatsächlich gilt es als eine der effektivsten und am häufigsten verwendeten Behandlungen bei Torticollis. Zutaten 10 Tropfen ätherisches Lavendelöl 1 Esslöffel Mandelöl 15 Gramm Zubereitung Mische das ätherische Lavendelöl einfach mit einem Esslöffel Mandelöl. Anwendung Nachdem du die Zutaten kombiniert hast, massiere die Mischung sanft in die betroffenen Stellen ein. Reibe so lange, bis du ein leichtes Wärmegefühl spürst. Ruhe dich anschließend aus und wiederhole den Vorgang, bis du eine Linderung feststellst. 5. Anika Salbe gegen Torticollis Zutaten 10 Tropfen ätherisches Öl Der Anika 1 Esslöffel Kakaobutter 15 Gramm 1 Esslöffel Kokosnussöl 15 Gramm Zubereitung der Salbe gegen Torticollis Sobald du deine Zutaten bereit hast, gib sie alle in ein hitzebeständiges Gefäß und schmelze sie im Wasserbad. Verrühre dann alles gut, damit es sich vermischt. Lasse es anschließend abkühlen, bis es fest wird. Anwendung Sobald die Mischung fertig ist, reibe sie sanft auf die betroffene Stelle und massiere sie ein. Wiederhole das Ganze täglich, bis der Nacken völlig entspannt ist. Verspürst du Schmerzen und Steifheit in deinem Nacken? Wenn das der Fall ist, probiere diese Behandlungen gegen Torticollis unbedingt aus. Solltest du nach zwei oder drei Tagen keine Besserung feststellen, konsultiere deinen Arzt. Solltest du Schmerzen und Steifheit in deinem Nacken? 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 Untertitelung des ZDF, 2020